wir reagieren jetzt auf 30 äh wir reagieren jetzt auf 30 wins 40 games let's go was läuft was läuft willkommen zum nächsten video panze kann ich glaube ich auch raushauen ich war auch angefragt vom spring hätte ich auch ultra bock drauf gehabt aber ich dachte das wäre mit richtig viel training also das was knot sie hinbekommen hat da das hätte ich das hätte auch noch hingekriegt ich dachte mir ich bin zu fett fürs turmspringen aber das scheint egal so ein krischloch alter zwei videos auseinander schlafen ich muss mich auch sagen meine worte es ist doch ein ritter schlag nein komm mit deinem ritter schlag was für ein ritter schlag der clip ist eine schande nein es ist eine ehre in dem video zu sein du hast gerade adam noch gelobt karen adam den gering bandina ich piss dein gehalt 1.500 euro bis ich die fünf euro die bis ich irgendwann kommt der wahre charakter zum vorschein ob du willst oder nicht da sind sie die schönen spiralbäume warum sind die so dünn hast du da was warum sind die der obi gärtner gefallen die dir nicht ich so nein aber die sind so so dünn einfach ich sag die sind so so dünne stäbe weißt du weißt du ich hab den drehpunkt oh das war aber oh noch einmal oh das teile hört nicht mal auf er abfügt deinem was diga ich hab doch jetzt durchgeschafft diese drei beine das ist das schwerste an der ganzen geschichte so ich muss mal durch das ist es unbedingt dass ich weiß nicht was mediamarkt verkauft hat ich muss mal halt aufpassen sorry für die unannehmlichkeiten das ist einfach mediamarkt schnäppchen winterschlussverkauf sind wir jetzt nicht in dieser gefährlichen straße wo die mal stress machen dann geh ich ja da richtig gut rein msi adam alter ey ich bin hier fett am spitten rennen durch offenbach mit einem acht meter selfiestick ja 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 glaub mir das wird richtig krass noch das werde ich auch mit euch in feuer spielen also nicht das sondern ich meine halt chillt mal ich meine äh ist das kuchen tv simona ja das video wird auf jeden fall gestrikt hör auf bruder am ende kriegst anzeige wala der zeigt dann hör auf also erster gedanke ist alles richtig gemacht mit deinen kindern die ganze welt zu bereisen zwei jahre lang als einzeln kind vielleicht wäre es noch ein bisschen schwieriger aber dadurch dass es zwei brüder sind haben die auch dieses freundschaftliche soziale verhältnis zueinander für die kinder gehören hausaufgaben und lernen zum täglichen pflichtprogramm hatte ich vorhin gesagt beide brüder also eine schwester und äh bruder mein fehler macht nicht immer so viel spaß ich komme ich komme wo bist du ah dann ist die ich komme noch land da liegt der schuhe und jetzt an alle valoranzspieler valoranzspieler müssen jetzt wissen was ich mache wir starten jetzt mit kofferpackung spiel nummer fünf eine palette 7up eine palette fanta klamotten shisha schlauch kopfhörer ein display ein monitor ungeöffnete pakete eine klimaanlage ein rollo noch weitere pakete dahinten post von mir gamers only wäsche ja ich packe meinen koffer und nehme jetzt eine sonnenbrille das war tatsächlich falsch Kataschenlampe Sonnenkleme Mundwasser Zahnpasta Klappstuhl Schere Panzertape Portemonnaie Unterhose Fußballschuhe von Adidas Wanduhr Kopfhörer Handy Zahnbürste Salz Sonnenbrille Digga, wann hat Sachsen in PUBG gespielt? Das ist ja voll geil Gehen wir mal mit ein paar Runden rein Du musst nachdenken? honey Nein Ich schaff Ich schaff Einen Jä analyse Wir haben selbst die Worte, die wir nicht bekommen haben! Hohne auf dem Kopf und die Malt in der Hand! Ja, ja! Wie kommt das denn? Wer könnte das sein, Mann? Keine Frage. Ah, jetzt muss ich auch weg. Nee, das wurde ver***t mich ab. Oh Gott, ich hasse die Melodie. Alter, der Übergang, er hat das als Gag, als Musik gemacht, die startet? Und dann? Nee, das wurde ver***t mich ab. Wow, ich habe gut, hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Hi, alles klar? Ja, alles klar. Aki, bitte. Wiederschauen und reingehauen. Achso, passt schon. Bitteschön, heute in Spontan bist du doch unterwegs? Ja, Spontan. Okay, ja, dann viel Spaß damit. Sehr cool, folgt mich dann. Machen wir so. Ja, tschau. Ich mag ihm, oh, mag, das ist der Weg. Die Stimme ist nicht mehr ganz so da. Nee, ich will mal nicht mal reden. Du willst mit Monte reden? Ja. Ich könnte, willst du sonst, das kann ich nicht organisieren, aber ich könnte machen, dass du mit Martha redest. Ist das auch gut? Ja, Martha. Du warst im Hungriger Hugo Video drin. Mit was? Dass du irgendwie 80% deiner Taps verloren hast. Achso. Ja, das ist passiert. Verarsch, du warst nicht drin, weil du irrelevant bist. Und du hast trotzdem deine Taps verloren. Dankeschön für die 5 Euro. Alter Pinkman. Aber früher bist du so auf Twitch gegangen, hast deine Kollegen gesehen so. Es war so entspannt irgendwie. Du hast so eingeschaltet und dabei so entspannt. Und jetzt ist es so, du schaltest ein, Submarathon hier. Der pennt da grad auf der Couch, weil, Gruppchallenge, 30 wins, 40 games. Und wenn nicht, steckt er sich den Finger ins Schlauch und leckt danach ab. Beim Boxevent, der hat sich hingestellt und meiner Freund... Diese Gottverdammte Kamera! Ah, ich schimp sie mir in den Aachen! Alles gut! Aber wirklich, die füllen diese Kameras? Und... 24 Stunden, ich bin hier, ich bin schon 48 Stunden da war. Bruder, das ist alles so... Ich hab ein kleines Problem, weil ich hab keinen Block und ich komm nicht zurück. Der war mein, ich hab Blocke. Ich hab keine Chance, er hat Angst. Wow! Yo, bin am Stream. Nur hast du Bescheid, was ich bin am Stream? Ja, ich auch. Ach so, okay. Ich bin am Stream. Ach so, ja, okay. Na, weiß ich Bescheid. Auch? Ich bin grad live, ja. Bist du gerade live? Ja, bist du? Ich bin auch live. Lass was zusammen machen. Okay. Oh! 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 Oh, let's go! Oh! Wie schickst du das? Wen schickst du das? Einen Leuten! Hallo! Oh! Ja war ein gutes Video, Like auf jeden Fall da, gab ein, zwei gute Lacher auf jeden Fall, wie beim letzten Video.